hey leute und herzlich willkommen zu diesem video auf dem kanal benz gaming tv und ja heute der erste f1 test für euch hier auf dem kanal zumindest für das jahr 2024 für das silvester 2024 25 ja die vor freude zeit geht wieder los die silvester zeit geht wieder los wir haben ende oktober bei mir ist wirklich vor freude auf hoch 10 also ich weiß nicht was die letzten wochen passiert ist vor zwei wochen hatte ich irgendwie noch gar nicht so die vor freude und dann auf einmal hat klick gemacht und auf einmal war die vor freude einfach da wie keine ahnung was und ich habe wieder richtig bock bekommt zu zünden und darum nehme ich euch jetzt öfters wieder mit für zündel videos wo wir unter anderem sortimente testen werden hauptsächlich f1 vor silvester zumindest was dann noch so kommt weiß ich nicht und auch ein bisschen so mischungen werde ich für euch zusammenstellen die wir zusammen zünden werden vielleicht auch mal eine live zündung machen irgendein experiment oder irgendwas da könnt ihr auch gerne mal ideen in die kommentare schreiben und ansonsten gerne abonnieren und liken das würde mich sehr freuen und dann lade ich auch noch mehr feuerwerksvideos hoch der plan ist jetzt immer dass einmal mindestens pro woche ein zündel video kommt und ansonsten kommen auch noch andere videos zum thema feuerwerk aber auch zum thema games fußball fc24 um sie 2 und train simulator darum soll es aber heute nicht gehen wir wollen heute zünden und wir fangen heute an mit dem sortiment das bei lidl und netto für 4,99 euro dieses jahr gibt tatsächlich im vergleich zum letzten jahr nicht teurer geworden was mich ein wenig überrascht und zwar das legendäre sortiment geisterparty früher bekannt unter dem name geisterstunde ist aber immer noch die gleiche sortierung nur mittlerweile anderes design anderer karton beziehungsweise andere verpackung ja alles nur noch hier in pappe aber sieht eigentlich auch ganz fresh aus und der name hat sich ein wenig geändert das heißt nicht mehr geisterstunde sondern geisterparty und ich bin gespannt wie die aktuelle charge sein wird wir blicken mal kurz rein bevor wir zünden so und da haben wir das ganze set einmal von innen wir können hier einmal sehen die magic sticks das sind 40 wunderkerzen dann zwei packungen von den mystery balls je drei stück das sind die knatter bälle dann die teufelstanz sind klassische knallerbsen 50 stück spider like sind blitz von themen knister und knatter effekten also auch bekannt als knatter fritze acht stück wie eigentlich immer enthalten das ganze haben wir auch zwei mal und dann auch zwei packungen dicke brummer hier mit dem namen geisterstunde ja bodenkreise mit farbwechsel auch pro packung drei stück und dann auch noch was sehr interessant finde blitztabletten und zwar die horrorhaus das ist ein bodenrotor mit blitz effekt ja passend zu halloween und sechs stück mit enthalten und dann noch mal eine andere variante scheinbar von wunderkerzen und zwar die golden likes wo 20 stück enthalten sind sondern hätte ich gesagt ran anzünden wir fangen ganz klassisch an ganz langweilig an mit den knallerbsen und zwar die teufelstanz so fangen wir erstmal an einer da ist mir glatt die kamera weggerutscht so erstmal ein knallerbsen wie man sie kennt nichts besonderes machen wir noch mal ein paar auf schlag oder besser gesagt die ganze tüte aufschlag ihr könnt das sehen das war doch schon besser das war doch der krach wie wir ihn schon haben wollen und nein wir machen nicht mit den wunderkerzen weiter sondern wir beginnen mit dem richtigen zünden und zwar die spider likes die knister und knatter effekte haben wo acht stück enthalten sind so sieht das ganze aus wenn die kamera fokussieren würde naja ich denke mal ihr könnt es so ungefähr erkennen ja die sind echt stark also ich finde mittlerweile die knatter fritze von nico zum beispiel oder auch weko die sind so extrem schwach geworden da finde ich die hier echt noch gut wir machen mal noch ein ja also das ist schon mal der erste artikel von dem ich positiv überzeugt bin aus der aktuellen charge natürlich bekommt ihr am ende von mir auch eine kaufempfehlung oder auch eine nicht kaufempfehlung und natürlich ein recht gutes fazit kleiner spoiler an euch noch mal wir werden das ganze set auch noch ein weiteres mal hier auf youtube testen aber im dunkeln darum wie gesagt abonnieren und liken glocke aktivieren damit ihr das nicht verpasst zur abwechslung geht es jetzt weiter mit bodenwirbeln und zwar mit der geisterstunde wo drei stück enthalten sind so sieht das ganze aus wie ein klassischer bodenwirbel halt und dann gehen wir mal ans zünden auch die sehr gut nicht stecken geblieben sondern super gedreht aber wir gucken mal ob das auch immer so ist wir geben den ganzen noch mal einen versuch noch mal eine bewährung chance ja auch der wieder sehr stark gedreht also auch da wieder tipptopp zur abwechslung gehen wir wieder ein bisschen in die richtung knattern knattern und jetzt bin ich wirklich richtig gespannt ich bin so gespannt ob die knatter bälle hier noch kügelchen enthalten haben ich gehe davon überhaupt nicht aus aber ich hatte letztes oder vorletztes jahr einmal ein set von dem da waren tatsächlich noch kügelchen drin ich denke mal das waren restbestände und darum schauen wir mal so hier der knatterball und man sieht schon leider meteoriten drin die jetzt auch nicht so prall gefüllt aussehen aber trotzdem es muss nicht heißen dass die schlecht sind wir geben denen natürlich trotzdem eine chance probieren es aus und zünden es an ja also da muss ich sagen da habe ich schon deutlich bessere gesehen sie waren aber auch nicht schlecht also brenndauer sehr kurz crackling war hingegen ganz gut gebe ich so ja also wie gesagt waren schlecht aber auch nicht überragend aber trotzdem also bis jetzt könnte ich dieses set auf jeden fall wirklich sehr empfehlen für 4,99 euro immer noch ein guter preis solange es nicht teurer wird mehr würde ich dafür dann auch nicht ausgeben da finde ich die sortierung doch hin noch ein bisschen zu schwach ein bisschen zu klein da fehlen mir dann echt auch noch die fontänen oder so aber so kann man es auf jeden fall machen aber wir sind ja noch nicht fertig ein artikel ausgeschlossen von den wunderkerzen fehlt ja noch und das sind hier die horrorhaus und zwar die blitztabletten die jetzt wahrscheinlich nicht so gut zum vorschein kommen aber im dunkeln dann wahrscheinlich bei der version die dann demnächst auch hochgeladen wird aber wir schauen uns das ganze trotzdem natürlich einmal an genau so sieht das ganze dann aus hier in so einer roten verpackung verpackt und dann zünden wir das ganze doch einmal an ja also gute brenndauer sehr sehr helles leuchten dafür dass das stock hell hier draußen ist kam das super zum vorschein also leute ich fand hier echt kein artikel schlecht einige artikel sogar wirklich sehr gut auf die wunderkerzen können wir glaube ich verzichten die können wir gerne dann noch mal im dunkeln machen bei der version dann aber ansonsten wie gesagt also super z einfach auch eine legende dieses zelt weil es einfach schon so lange gibt auch wenn der name anders ist die sortierung ist immer noch gleich ich finde es auch immer noch super stark und leute empfehlung geht auf jeden fall raus geht zu lidl geht zu netto wer weiß wie lange es noch im vorrat zu kaufen gibt schlag schlägt dazu für 4,99 euro absolut nice und damit verabschiede ich mich dann auch vielen dank fürs zuschauen wir sehen uns im nächsten video oder im nächsten test video wie auch immer je nachdem was euch so interessiert auf meinem kanal sehen wir uns dann wieder vielen dank fürs zuschauen tschau bis zum nächsten video